Heute zieht die Jaten an, mir is heut so fad. Gehen wir aussehen in Natur, sind eh scho ziemlich platt. Hatsch ma durch den Winter, wohnt dann rechts zum Neichen wirten. So, so. Aha. Dies is g'scheiter, wir da haben, entgegen da hier. Jetzt ischt nix. Rund und g'sund in der Pension, nix a ging nur der Le-Vision. Dies macht platt und is fad. Heute komm jetzt rechts, mein Link. Da man Schweine und Bessin. Wir gingen in ein Rallgeschäft bei uns gleich vis-à-vis. Der Handler sagt doch irgendwas mit einer Batterie. Kein zwei Kilometer weit, ganz locker und entspannt. Ah, ach so. Der Sportland ist nicht dran. So, G'schein, man bleibt heut gut benannt. Noch ein Beut ist noch etwas. Schweinebrat, der Sauerkraut, ist es, was mich viel wehaut. Und dazu ein Liter Bier, hilft, dass ich kein Gewicht verliere. Das Leben ist so klasse. Genau nach meinem G'schmuck, lieber mit vom Liegestuhl. Ich hab alles geblendet von der Haub. Ach so. Aha. Halt und g'sund, kugelrund, wie ein Metzgerhund. Ach so. Aha. Yes, es wird die Zeit vergeht, wenn man erst zum Mittag aufsteht. Ach so. Aha. Ein paar Stunden ist noch höch. Die wird mir um in meiner Söhne. Genau. 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 Bis zum nächsten Mal.